Oh, ähm, rot? Was? Okay, da müssen aber einige Teams unterwegs sein in der Lobby. Ja, einzelne Leute ohne Freunde. Nein, drückt es nicht. Ja, stimmt. Also wenn ich gerade die anderen Teams angucke, das ist schon wunderbar. Jump, jump, jump und vorbei. Also wir sind ziemlich durch. So, jetzt Rache an Blau. Oh, es könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. Oh. Und? Hä? Da hat jetzt gerade Laura Best Girl das Spiel gewonnen. Nice one. Wow. Krass. Jorgeny. Jorgeny. Bis zum nächsten Mal.